einen wunderschönen da bin ich auch schon wieder euer odin und ich begrüße euch zu einem neuen unboxing ich habe nämlich wieder was bekommen ich habe auch extra noch mal meine coiling mappe hier drauf damit es schön dunkel ist damit man hier auch sieht falls ich hier was helle wieder habe die power bank 6000 milliampere packen wir doch gleich mal aus gott sei dank ich dachte ich habe schon angst gehabt ihr kriegst den rot ich packe hier mal wieder alles aus habt ihr gesehen bevor wir das dann wieder einpacken wir haben dann einmal die power bank in schwarz mit blau die ist auch so gummiert das werden wir dann gleich im hardware video uns vornehmen dann haben wir einmal so eine karte dann haben wir hier nochmal 25 prozent da sind zweimal usb dran ein normaler und ein mini werden wir gleich gucken also user manual eine warning card und dann haben wir hier nochmal was happy sind wir happy ich weiß es noch nicht e mail adresse steht drinnen service at archer die nicht archer etcher etchen das blaue müsste einfach pause drücken und wir haben einen kleinen usb kabel aber selbst da steht das logo der firma drauf das finde ich toll ja ich mag so kleine gimmicks findet schön auf dem klee nicht okay so das war doch schon zur power bank wir haben seit in schwarz mit blau die blaue ist blau mit blau weißes blau mit weiß mit blau und die rote ist rot mit weiß okay dann würde ich sagen dann wartet und dann gucken wir uns gleich mal die hardware etwas genauer an ich habe auch mein handy hier wir gucken mal ob das funktioniert mit dem laden bis dahin sagt euer odin